Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben Können ja andere gerne fahren, mir ist egal was andere mag Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann Ist ja auch egal, jedem sein Ding Doch weil ich alte Autos fahr, bleib dich heute schon bestimmt Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerferartikel Nicht gerade nachhalte ich, was ihr da so macht Wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt Ja, moin zusammen Ja, wie man sieht Geht gleich los zur Post Alles voll Ja, aber erstmal was anderes Und zwar Wir hören alle von diesen ganzen Klebekünstlern Und sowas alles in der Richtung Und lesen auch ganz oft von denen Mein Kompressor muss ausgerechnet jetzt anspringen Klar Okay Ja gut Klimaaktivisten, etc. etc. Faseln immer die ganze Zeit SUVs wären vom Militär entwickelt worden Um durch die Wüste zu fahren Dass diese Leute nicht unbedingt die hellsten auf der Torte sind Die hellsten Kerzen natürlich Die hellsten Kerzen auf der Torte sind Wissen wir alle Sonst würden die nicht die Leute verärgern Die sie eigentlich erreichen wollen Ja, es ist windig Dafür haben wir auch 15 Grad Okay Die Interpretation Meine Meinung SUVs Sind überflüssig Braucht kein Mensch Weil sie einfach keine Funktion haben Die haben keine Funktion Außer dass sie höher gelegte Kombis sind SUVs haben keinen Sinn Nur wo ist die Grenze? Das hier ist per Definition ein Geländewagen Geländewagen zeichnen sich dadurch aus Dass sie hoch sind Ist er Dass sie Allradantriebe haben Hat er Das haben viele SUVs auch So und jetzt kommt's Für einen Geländewagen brauchen wir zweimal Startachse Haben die meisten SUVs nicht Und ja, mir ist durchaus bewusst Dass der Land Rover Discovery In seiner spätestens dritten Generation Ziemlich untauglich geworden ist Weil Einzelradaufhängung Der Ding kann nichts mehr Wird nur noch elektronisch geregelt Und ja, taucht nicht mehr viel Also im Gelände brauchen wir damit nicht durch die Gegend fahren Die Verschränkung der Achsen Also diese Maximalverschränkung Ich blinde euch mal ein Bild ein Ja, diese Maximalverschränkung geht Ist eigentlich nur dafür da Dass du die Räder immer mit dem Boden Kontakt hast Wenn du die Räder immer auf dem Boden Kontakt hast Kannst du dir die ganzen elektronischen Spielereien sparen Räder auf dem Boden Räder auf dem Boden heißt Vortrieb So Ergo Das kann ein SUV schon mal nicht Der kann höchstens über die Bremsen regeln Und das ist echt lästig Bei manchen Fahrzeugen verschwimmt das Ganze Allerdings Opel Frontera Zum Beispiel Ich blende euch mal ein Bild ein Meinen zum Beispiel Opel Frontera wird als SUV genannt Ist aber eigentlich ein ziemlich kerniger Geländewagen Ja, Vorderachse ist keine Starrachse Aber Ich muss sagen Das Auto ist verdammt weit gekommen Ich glaube einmal mussten sie es mit dem Traktor rausziehen Aber ansonsten ist sie immer durchgekommen Obwohl den Vendro haben sie auch schon mit dem Traktor rausgezogen Manchmal übertreibt man es halt Dann noch ein Auto Mercedes ML Und zwar die erste Serie Ja Kann überraschend viel Habe ich selbst gehabt G Mercedes Die alten Okay Lass ich mir gefallen Die neuen Können nichts Also im schweren Gelände Können die nichts mehr Das ist Ja Ein Spielzeug Für talentlose Rapper Aber ansonsten auch nichts So Dann wollen wir mal loslegen Und mal gucken Wo wir Traktion finden Nächste Eigenschaft Eines Geländewagens Im Gegensatz zu einem SUV Man sieht Man sieht Zwei Schalthebel Nicht wahr Bremse drücken Ganz normales Automatikgetriebe Das ZF Hp 22 Hp 4 Oder sowas in der Richtung 7er BMW Volvo Weißer Teufel Haben die auch drin So Auf neutral Dann haben wir den zweiten Schalthebel Wir sehen hier Dass wir eine Untersetzung haben Das zeichnet ein Geländewagen aus Wir haben eine Untersetzung Und auf der anderen Seite Wenn wir also Hier rausschalten Jetzt haben wir in neutral Jetzt könnten wir hier In D gehen Der fährt nirgendwo hin Weil das Verteilergetriebe Auf neutral steht So Jetzt haben wir hier Zum Beispiel Differenzialsperre Jetzt haben wir den Ruck gemerkt Das ist Untersetzung Und Differenzialsperre Maximale Untersetzung Das heißt Bedeutet Maximale Kraft Und gesperrte Achse Ach Gesperrtes Mittendifferenzial Sieht man hier auch Wird angezeigt Das ist jetzt die maximale Kraft Die dieses Fahrzeug übertragen kann Da fahren wir Mit reduzierten Mit reduzierter Übersetzung Und Sperre fahren wir nur noch Auf 1 Damit wir Die Getriebebremse Abwärts Zum Beispiel nutzen können So Wir fahren los Er fährt jetzt etwas anders Weil die Achsen Absolut synchron laufen Ich fahre lieber nicht hier runter Fahren wir lieber hier lang Mit gesperrten Mittendifferenzial fahren wir auch nicht mehr über die Straße Das wird zu Verspannungen im Antriebsstrang führen und den ziemlich schnell kaputt machen Aber wir sollten auf matschigem Gelände niemals ohne Sperre fahren Dieses ständige Durchdrehen vorne hinten hält das Mittendifferenzial auch nicht ewig aus Gruß geht raus an RRB Das ist ein Getriebehersteller in Großbritannien Der zum Beispiel Differenzialsperren anbietet Aber auch solche Getriebe hier Und auch die Verteilergetriebe Überholt Und das ist der häufigste Schaden Sperre wird nicht eingelegt Auf matschigem Untergrund Also Ja hier vorne sieht man gleich schön dass der Marschboden schön vollgesogen ist Durch die Differenzialsperre dürfte uns jetzt nicht großartig interessieren Ich lasse das Lenkrad los Gebe ihm ein bisschen Umdrehungen Und dann müsste er sich da eigentlich so durchziehen Ja 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 im Leerlauf ist das jetzt diese Geschwindigkeit Mit der Untersetzung Schon interessant So Zurück 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Guck mal da, Steine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, kleines Fazit im Halbdunkel Geländewagen sind Werkzeuge Nicht mehr und nicht weniger SUVs sind höher gelegte Kombis Das ist der wesentliche Unterschied Bequemlichkeit, Komfort und Fahrkomfort an sich steht zurück hinter der Funktion Beim SUV sollst du möglichst bequem von A nach B kommen und halt hoch Was, wie gesagt, nach meiner Meinung keinen Sinn macht Ja Gut, das ist einfach die Definition eines Geländewagens im Vergleich zu einem SUV Ein SUV wird da nie hinkommen, wo ein Geländewagen hinkommt Dafür bleibt man dann bequemer stecken Und wir kommen dann und holen euch da wieder raus Machen wir quasi täglich Ach ja Das ist auch eine spannende Geschichte Den Wagen kennt ihr Der Kurbelwellensensor Der Hyundai Mit dem waren gestern zwei Damen bis nach Rostock Der klappert Vor zwei Wochen Der hatte letztes Jahr einen Wildunfall auf der Seite da Das wurde repariert von einer Lackiererei Dann war der im Zuge dessen War er auch bei der Hauptuntersuchung Und die hinteren Räder halten die Spuren nicht im geringsten Ja, da kommen auch noch was Spannendes auf uns zu Aber der geht morgen erstmal in eine Werkstatt von einem Bekannten Stefan kennt ihr ja auch Von meinem Klima auffüllen Der geht bei Stefan auf die Bühne Da gucken wir erstmal ganz erstaunt Weil die sind dafür bekannt, dass die Längslenker hinten von den Hinterachsen durchrosten Bin jetzt schon gespannt für den Flitzebogen, was da passiert ist So Sonnenuntergang Da hinten Der krägliche Rest Ich wünsche euch Ja, ich wünsche euch einfach eine schöne Woche Man sieht sich Im nächsten Video Dein Ich wünsche euch Man sieht sich